Er besucht eine Frau, deren Namen er nicht kennt, in Venedig. Er liebt sie nicht, nein, doch, sie liebt ihn nicht, denn noch ist der Ehe zu alt. Er will sich nicht verlieben, will nur reisen und das nicht auf Wolke sieben. Sie will ihn nur beweisen, das geschieht auf solchen Reisen nach Paris. Sie ist verliebt, nein, auf gar keinen Fall, ganz bestimmt nicht. Der Weisschlaf stört die Weisheit nicht, aber die Weisheit stört den Weisschlaf in Venedig. Er weiß, sie ist vergeben, doch sie träumt von einem Leben in Prag. Sie wird berühmt, nein, doch, kommt der Peter angerannt mit der Waffe in der Hand. Waffe, die ist scharf, schwupps, der Hahn ist tot. Was macht seine Hände? Ist alleinerziehend. Kinder kriegt sie so nicht groß, Kinder klein, Sorgen groß. Jetzt fängt sie das Sparen an, zum Leben braucht sie keinen Mann. Alleine ist viel besser, darauf reimt sich Sett, Pauch, Nabel, Erdbeeren, Nippel, steife Sahne, Schokospiele. Ist es geplatzt? Nein, obwohl, wenn ich näher drüber nachdenke, führt es sich seitdem besser an. Sie ist schwanger? Was? Nein, bitte nicht. Sie kocht ihren Blumenkohl, egal wen sie liebt, in Ulm und um Ulm herum. Er kocht sich Ravioli und am Nachthimmel im Wald mit Aioli. Es ist zu heiß, er schmeißt es weg. Es ist zu scharf, mhm, lecker. Nun hat er genug vom Reisen und von Ravioli-Speisen, Mist. Nun hat er das richtige Alter, arbeitet am Postamtschalter, gut. Äh, bin ich zu spät? Ja, kommst ja früh drauf. Geburt nicht sein Kind. Nimmt das Kind an. Ach komm, das ist doch Kitsch für Roma. Geschäfte nur durch Angst gemacht, Menschen um ihr Glück gebracht. Ängste werden vorgespielt, wie wird Angst wegtherapiert? Sie sagt, du wäschst falsch ab. Er sagt, stimmt ja gar nicht. Wovor hast du Angst? Darauf reimt sich. Dankeschön. Das war Ravioli-Speisen. Großartig, wir kommen schon direkt zum nächsten Lied. Und das ist tatsächlich das Lied, durch das wir uns kennengelernt haben, der Hans Vogel und ich. Damals, vor etlichen Jahren, bei der Culture Corner Open Stage im Spec Ops. Und da hat er dieses Lied auf der Bühne performt. Stell dir vor, ich bin jetzt eine Biene. Und ich habe sofort gesagt, ja, ich will. Und das ist daraus geworden. Ja, es ist ein Mantra. Wir werden nachher auch alle noch gemeinsam singen. Und es heißt Freiheit der Natur. Und es ist mir einfach so zugeflogen. Die Freiheit im Ganzen Die Freiheit der Natur Die Freiheit im Ganzen, die Freiheit der Natur, ist pure Liebe pur. Alles steckt in uns und alles ist nichts. Die Freiheit im Ganzen, die Freiheit der Natur, ist pure Liebe pur. Alles steckt in uns und alles ist nichts. Alles steckt in uns und alles ist nichts. Und alles ist nichts. Und alles ist nichts. Und alles ist nichts. Präzision ist, wenn die Welt sich dreht. So wie ein Kreisel, der niemals steht. Die Antwort aller Fragen steckt deshalb im Atom, sogar die Unendlichkeit der Liebe. Die Antwort aller Fragen steckt deshalb immer, sogar die Unendlichkeit der Liebe. Im Universum, im Universum, im Universum. Versum, 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 Versum. Zum 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 Im Universum, im Universum, im Universum, gibt es weniger Atome als Synapsen im Gehirn, weniger Atome als Synapsen im Gehirn. Die Freiheit im Ganzen, die Freiheit der Natur, ist pure Liebe pur, ist pure Liebe pur. Alles steckt in uns und alles ist nichts Präzision ist, wenn die Welt sich dreht So wie ein Kreisel, der niemals steht Präzision ist, wenn die Welt sich dreht So wie ein Kreisel, der niemals steht Die Antwort aller Fragen steckt deshalb im Atom Sogar die Unendlichkeit der Liebe Im Universum, stimmt außerhalb im Atom Sogar die Unendlichkeit der Liebe Im Universum, im Universum Im Universum Im Universum Im Universum In Universum Es wird gehen, wenn wir verstehen Und es wird gehen, wenn wir verstehen Es wird schon gehen, wenn wir verstehen Dass wir keine kleine Gruppe sind Dass wir eine große Masse sind Dass es den kleinen Mann und die kleine Frau nicht gibt Es wird gehen, wenn wir verstehen Es wird gehen, wenn wir verstehen Es wird schon gehen, wenn wir verstehen Dass wir keine kleine Gruppe sind Dass wir eine große Masse sind Dass es den kleinen Mann und die kleine Frau nicht gibt Glockenspiel Solo Wir könnten alle unsere Probleme lösen Würden wir unvoreingenommen miteinander kommunizieren Alle Instrumente, Hans Vogel Mit allen seinen 180.000 Instrumenten Was braucht Ihr écritEN Was ist die Möglichkeit Was ist die you searching for Was ist die Nase plataforma Was ist die Nase Warum? Was ist die Hauptstadt? Na Na Dass die Fat гром hinsicht Was ist watt Musik Leise, 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 aus, aus Weiter, leise, leise Weiter, weiter Musik 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 Ja, das macht alles. Ein, neun! Nein, 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 ich hab noch einen.